Hallo liebe Bratschen, zum Üben ganz langsam, der musikalische Grobschmied. Wir fangen an mit dem zweiten Finger. Auf der G-Seite. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Ich hoffe, ihr könnt auf dem Video auch ab und zu die Finger sehen und dass es euch hilft, das Stück zu lernen. Wenn ihr fortgeschrittener seid, dann schaut euch die Violine 1 an. Vielleicht könnt ihr mitspielen. Viel Spaß dabei!